so wie gesagt jetzt gleich wieder weiter und Prozent bevor ihr reingeht solltet ihr am besten Prozent um abbildet ist anlegen die euch vor Versteigerung weil dort greifen euch die hässlichen Epitaphs an und naja wenn die wollen machen die nicht einmal deswegen und hab schnupfen das sagt so wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre hausab Kaffee alles gut öl wert ja ja so bei dem bei dem Moki hier am besten gleich noch mal Prozent am besten so am besten hundert wollten einen kaufen weil damit kann man so ein Epitaph mit einem Schlag ja sowas muss man wissen workshop auch krass neue Waffen was kann das nichts moment wuuh 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 man hab ich schnupfen meine Fresse ey weiter Danke. 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 Scheiße. Okay, weiter. Äh. Ha? Oh, den brauch ich dreimal auf jeden Fall. Nicht 21 mal 3 mal. So, der hat eine, glaube ich, eine coole Ability drauf. Level up oder sowas. Äh. Jo. Zwei Stück. Eie. Äh. Ja. Kaufen wir jetzt einfach sechsmal. Keine Ahnung. Sau. Und auch sechsmal. Was ist das denn? Ach, scheiße. Crosshelm. Oh, was denn, alter? So. Boah, ey. Ich bin so blöd. Ich kaufe alles, ey. So dumm. Oh. Mal. So. Komplettes Geld weg. Scheißen. Ach, kacke, Mann. Schwule. Scheiß. Schnupfen, ey. Sch, sch, sch. Genial. Genau. So. Ausrüsten. Und von mir gibt es keine neue Waffe. Das war so klar. Ist das so sinnlos? Was ist das? Ne. Boah. Adler. 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 Scheiße. 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 Was nennt er das hier? So. Äh. Jo. Das da. Und das da. Ja. Ja. Äh. Was nennt er das? Ne. Oder? Ja. Doch. Äh. Oh, ja. Äh. Oh, ja. So. Moment. Moment. Boah, ey. Boah, ey. Geht mir so auf den Sack, die Scheiße. Voll zu schlüpfen, ey. Oh, du Scheiße. Alter, der Pisser, alter. Jetzt gibt's denn so Müll. Kann ich nicht mal eine Ruhe zacken an dem Kack, alter. Jetzt muss ich gar nicht wieder Öl schließen. So ein Scheiß, jo, ey. Junke, Junke. So. Jetzt kommen wir aber endlich los, jo. Ne. Ne, 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 ne. Oh. Ha. Das nehmen wir weg. Das kann weg. Äh. Und. Das. So. Boah. Adler. So. Toll. Ganz toll. Los geht's. Gibt's hier irgendeine Scheiße. Nein. So. Ganz toll. Das ganze Geld weg, ey. Das ganze Geld. Ne. So. Boah. Boah. Ich muss jederzeug in Ordnung sein, oder? Oh. Ah ho. Prozent Oka ich glaube ich bin übelst leise Ah Leute jetzt bin ich bestimmt übelst laut Ha? Oh ja jetzt bin ich laut Können wir das hier runter nehmen und dann passt das Super Einmal weiter Ha? So Wo muss ich hin? Was ist das? Geh auf Ja Das ist wohl der Eingang Schwuler Scheiß schlüpfen man Wow Was war denn dies? Ja wir gehen rein Ja 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 So Ja Ja toll wo ist jetzt wer Kiste Kiste Remedy Brauch ich das? Ne Moment 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 Ich muss immer schnell was gucken Äh wenn sie Stillskin treffen wollen gehen sie von der Eingangshalle aus zuerst nach rechts genau da ist er doch Stillskin was geht du Schwein ja ok cool äh äh